Okay Leute, wir fahren jetzt wieder zurück und ich kann gerade nicht mehr. Heute ist Mittwoch und jetzt gleich findet die AKU, die sogenannte Ankaufsuntersuchung, statt. Das heißt, Jeannie wird einmal komplett abgecheckt und ich weiß, dass da auch so ein Belastungstest gemacht wird. Also sie wird halt ganz lange longiert und dann schaut man am Ende, ob sie zum Beispiel Atemprobleme hat oder so. Also ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was da abläuft, aber ich lasse mich überraschen. Aber es wird auch Blut eingefroren, damit man zum Beispiel später dann gucken kann, ob irgendwas im Blut war oder so. Und das finde ich total spannend. Ich hoffe, dass alles gut wird. Also drückt mir die Daumen. Also wir sind jetzt bei Jeannie angekommen und ich freue mich total. Ich habe sie voll vermisst. Auch wenn es jetzt nur eine Nacht bzw. zwei Nächte schlafen war, habe ich sie voll vermisst. Und sie war gerade schon auf der Wiese und jetzt schläft sie voll. Sie ist total müde. Hm, Schatzi? Und sie ist total müde. Oh, war er. Dann können Sie sich nicht mehr spielen gehen. Musik 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 thrown Das fährt jetzt alles gut, jetzt gucken wir uns mal, das fährt in Ruhe an den Ländern gewesen. Eine Lange? Wir gehen erstmal auf die Straße. Wir haben mal eine Peachge mit. Einfach weitergehen, ne? So, die Strecke ein bisschen lockerer lassen. So. So. Einmal drauf. Komm! Hopp! Hopp! Gut, danke! Danke. So, jetzt krabst du mal an. Ab hier. Komm mal, einmal anstab. Gut. 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 Aber gut, dass die Pferdeäpfel also Haseln und Quintauschwellen sind. Genau, eine Pitzekacke, ne? Ja. Ja. und einmal um eine seite mag ich meine linke hand weiter weiter soll drehwurm bekommen So, jetzt müssen wir das Pony noch einmal longieren. Soll das wir machen und gucken, ob sie dann Atemprobleme hat am Ende? Genau, dann müssen wir gucken, wie Herz und Lunge unter der Belastung sind, wie sie sich wieder beruhigen und ob sie dann auch bestimmte Sachen macht, die wir nicht haben wollen. Möchtest du abhaltsau oder trennen sie mit aufbinden? Ja. 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 Da sind die Bänder. Ja. Eins, zwei, drei. Also die dann hier waren. Die wurden da ein bisschen höher. Da. Ja. Und die sorgen dafür, dass das alles stabil ist und das ist ein bisschen instabil. Ja. Weil das alles noch nicht so fest ist. Da ist also wichtig zu schauen, hat der Knochen nichts? Nämlich der Knochen nicht das Problem, da können wir das nicht so stabil machen, dann geht das nichts. Also eine Instabilität, weil die ganze Muskulatur noch nicht so fest ist. Und dann hilft mal eins, tiefer Boden, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Reiten, 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 ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Leute, wir fahren jetzt wieder zurück und ich kann gerade nicht mehr. Ja, ich freue mich gerade voll, weil morgen ist Donnerstag und um 12 Uhr holen wir halt den Hänger ab und dann sind wir irgendwie so um zwei, halb zwei sowas da und dann nehmen wir halt Genie mit und ich freue mich einfach voll. Vielen Dank.